Hat's doch so, ne? Ja! Ja! Dankeschön! 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 Ja, hat's doch! Hat's halt gut, oder? Wenn er jetzt... Ne? Wenn er halt... Glaubst du's? Wenn er sich drauf... Glaubst du's? Wenn er sich drauf einstellt, dass er... Dass er Abstopper ist, dann läuft er langsamer. Aber er hat die Gefahr, dass er dann... Überlaufen wird sozusagen. Opa! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und da war unsere Nummer 10, Niklas Hecht-Zümpel. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.